Ich fühle mich in dieser Stadt nicht sicher. Ich verlange fortgebracht zu werden. Sie haben ein volles Vertrauen gehabt. Und das habe ich auch nicht missbraucht. Ihr guter Ruf bleibt davon unbeschadet. Darum geht es nicht. Wir reden hier nicht über meinen guten Ruf. Ich weiß. Wir reden über einen Präsidentschaftskandidaten. Ein Mann, der die Herzen seiner Landsleute erobert. Sie haben ein hohes Ziel und dabei will ich Ihnen helfen, will Ihnen den Weg nach oben frei machen. Alles andere ist unwichtig, zählt nur am Rande. Aber wenn sich diese Männer als Kriegsverbrecher herausstellen... Sie brauchen keinerlei Befürchtungen zu haben.